Was ist eine Infektion der oberen Atemwege? Eine Infektion der oberen Atemwege ist eine Infektion, die sich in der Nase und im Rachen entwickelt und auch als Erkältung bezeichnet wird. Die durchschnittliche Infektion der oberen Atemwege dauert von einer Woche bis zu elf Tagen. Wenn die Symptome länger als 14 Tage andauern, kann es Zeit sein, einen Arzt aufzusuchen, um Komplikationen auszuschließen. Infektionen der oberen Atemwege werden durch einen von über 200 Viren verursacht, wie etwa das Rhinovirus und das Parainfluenza-Virus. Zu den Symptomen einer Infektion der oberen Atemwege gehören Halsschmerzen mit oder ohne Husten und verstopfte Nase. Infektionen der oberen Atemwege verschwinden normalerweise von selbst, ohne dass ein medizinischer Eingriff erforderlich ist. Die Symptome unkomplizierter Fälle von Infektionen der oberen Atemwege können gemäß den Centers vor die Seasekontrol und Prävention mit rezeptfreien Antihistaminika und Entsteuerungsmitteln behandelt werden. Menschen, die an Infektionen der oberen Atemwege leiden, können eine Kehlkopfentzündung oder eine Entzündung des Kehlkopfes entwickeln. Laryngitis verursacht Heiserkeit und eine krächzende Stimme. In schweren Fällen kann die Person ihre Stimme vollständig verlieren. Bei Menschen, die an einer Kehlkopfentzündung leiden, kann es auch zu Halsschmerzen, Trockenheit im Hals, Schluckbeschwerden und Husten kommen. Laryngitis wird behandelt, indem die Stimme ruht, Flüssigkeiten getrunken und Zigarettenrauch vermieden wird. Eine schwerere Form der Infektion der oberen Atemwege ist die Influenza. Das Influenza-Virus verbreitet sich saisonal. Das Virus verbreitet sich, wenn eine infizierte Person hustet oder niest und mikroskopische Träpfchen in die Luft schleudert. Symptome einer Influenza sind Müdigkeit, Muskelschmerzen, Halsschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Husten und Kopfschmerzen. Eine Lungenentzündung kann sich als Komplikation der Influenza entwickeln. Infektionen der oberen Atemwege, die länger als 10 Tage andauern, können zu Infektionen der Nasenibbenhöhlen führen. Das Virus, das für die Infektion der oberen Atemwege verantwortlich ist, kann die Nasenibbenhöhlen beschädigen und Entzündungen verursachen. Zu den Symptomen einer Nasenibbenhöhleninfektion gehören Druck hinter den Augen, neben der Nase, auf den Wangen oder auf einer Seite des Kopfes. Menschen mit Nebenhöhlenentzündungen leiden häufig unter Kopfschmerzen, Mundgeruch, verstopfter Nase und starkem Sekret, Husten und Fieber. Die häusliche Behandlung von Nasenibbenhöhlenentzündungen umfasst das mehrmalige Einatmen von Dampf, entweder mit einem Dampfverdampfer oder durch Anlehnen über einen mit heißem Wasser gefüllten Darm, Trinkwasser und warmen Tee, um die Nasensekretion zu verdünnen, und die Schmerzen werden mit Antiteken behandelt entzündungshemmende Medikamente. Wenn die Schmerzen anhalten, muss möglicherweise ein Arzt aufgesucht werden. Ein Gesundheitsdienstleister kann Antibiotika zur Behandlung der Infektion verschreiben sowie ein Nasenspray, das Steroide enthält, um Entzündungen in den Nasenibbenhöhlen zu reduzieren.